So, alles mal durchgestoßen, geht's wieder, alles okay? Wunderbar. Jetzt sehe ich was, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt mir die Sicht nach da drüben, aber wenn ich so auch noch angreifen kann, habe ich absolut nichts dagegen. Euch Zombies, euch Zombies, geht's gut? Dann regeneriert euch mal. Hey Jungs, Respekt dafür. Feuillement angreifen. Also, die schauen nicht mehr ganz so mächtig aus, wie sie davor mal waren. Mal sagen, so rüber angreifen. Wenn, dann machen wir kontinuierlichen Schaden auf all sie gehen. Die Frage ist, du hier, kannst du bestimmt ihn hier töten, oder? Das müsste im Bereich deines Möglichkeiten sein, oder? Wunderbar, vielen Dank. Kann nämlich der hier rausgehen. Und jepp, raus hier. So schnell wie möglich, dann da unten verschwinden. Verteidigen, verteidigen. Wunderbar. Und noch mehr Zombies. Das sind keine Zombies mehr in der Pipe. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist nämlich das einzigste, was mich am Leben hält. Diese gewaltige Zombie-Armee. Ich meine, die Lichs können so viel ausrichten. Und ich meine, die Lichs, die sind mächtig. So, gucken wir mal. Zumindest, äh, zumindest die Grundeinheit können wir auswischen, oder? Auch nicht. Oh, komm schon. Ah, der kann auch noch angreifen. Dankeschön. Verdammte Tumore überall. Ich weiß gar nicht, wie fehlt das überhaupt schön? Ich, zumindest ich für meinen Teil nicht. Dankeschön. Hier rüber noch angreifen. Und Wahlposition einnehmen. So, ihr kennt euer Spielchen ja. Ihr macht den ganzen Tag nichts anderes, außer hier hinten die Hügel abzugrasen. So, die Frage ist, komme ich hier jetzt noch nebend raus? Puh. Okay, du hier. Machst ihn hier kaputt. Wir schaffen es hier noch, eine Presse reinzubekommen. Aber sowas von. So, so, geschirr rüber. Gehst du aber nicht hier rein, sondern greifst stattdessen. Das gehört es einfach an. Ich weiß, es ist eine halbe Selbstreaktion, aber ihr könnt es trotzdem schaffen. Ich glaube an euch. So, und du machst eine Sprengung hier rein. Du regenerierst dich kurz eine Runde. Dankeschön. Ich würde mal sagen, du kannst hier ordentlich was reißen. Ähm. Ähm. Ne, komm, scheiß auf. Du kannst ihn hier töten. Und zwar richtig sogar. Ich hab ganz vergessen. Sie ist unsere Elementarkillerin schlechthin. Was haben wir noch übrig? Dich haben wir noch übrig. Ähm. Zwei. Vier. Neunzwanzig. Wenn wir sagen, da hat jemand ganz schön gewonnen. Haben wir noch jemanden übrig? Ach stimmt, hier hinten. Ihr bombardiert hier ja gar den Gegner bis zum Gehtnichtmehr. Und zwar erfolgreich, möchte ich behaupten. Okay, das war gut, das war fein. Im nächsten Zug geht's weiter. Oh, komm schon. Kein Neutral, das ist doch langweilig. So, einmal durchschlagen. Dankeschön. Das war ein bisschen viel. Ein bisschen viel ist gut. Warte mal, hey. Ogre, verschwinde. Ein Ogre hat hier absolut nichts zu suchen. Das heißt nur, du, Zombie-Trupp, komm mal zurück. Friss doch mal den Ogre auf. Es war doch so schön aus wie überall. Und jetzt wieder sowas. Mann, 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 okay. Verrodung. Diese Eis-Verroden hier. Finde ich nichts Besseres zu tun. Oh Gott, die Nächsten hier. Bitte einmal so rüber angreifen. Und ihr greift so rüber an. Es wird zumindest alles ein bisschen angegangen. Hallöchen aber auch. Wir haben hier Zombies bekommen. Frisch-Zombies sogar. Die bekommen Nahkampfschaden. Und können hier mal angreifen. Einen Ogre darf ich nicht bei mir im Lande lassen. Tut mir leid. Ein Ogre bringt viel zu viel Leben mit sich. Okay. Der Nächste. Du hier. Schaden Elementar. Fernkampf. Wind-Aura. Resistenz gegen Geist und Leben. Ich glaube, die Resistenz gegen Geist und Leben ist gar nicht mal so schlecht. Die nehmen wir euch mal. Äh, die geben wir euch mal. So muss ich sagen. So, meine lieben Zombies. Ihr dürft mehr fressen. Also vielleicht, wie ihr fresst euch hier durch die Armee rein durch. Und zwar so gut wie es geht. Oh, ja. Und zwar ziemlich 22. Die Frage ist, wieherum greifen wir am besten an? Was, sie mal? Es gibt nichts zu vergeben. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles soweit in Ordnung. 17, 17. 25. 26. Also, wenn wir angreifen, dann greifen wir alles an. Vielen lieben Dank dafür. Inventarschaden. Resistenz gegen Leben und Tod. Also gegen Elementar und Tod. Ein bisschen mehr Elementar wäre gar nicht mal so schlecht. Was ist hier? Wer ist zu den Götten? Minus 5 war. Kommt schon. Dafür habe ich ein meisterhaftes Artefakt. Und zwar Resistenzen gegen alles. Und das kannst du gar nicht... Ich glaube, das kannst du nicht brauchen. Kraft der Einheit. Flugfähig. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das hier zum Lager legen. Und du bekommst einen Zauberhut. Ich hoffe, du freust dich darüber. Haben es selbst gemacht. Wunderbare Sache. Und das, was ich schon immer hier haben wollte, einen Verteidigungsturm. Ich müsste mich hier nochmal ein ausstellen, aber egal. Egal. In ganzem ist es Elementar und Urge aufgetaucht. Wie Elementar auch. Ihr habt da hinten Elementar aufgetaucht. Verdammt noch eins. Okay, Leute. Schön war's. Gut war's. Aber als ein Ende, auch die Wurschtad 2. Hier kommt auf jeden Fall mein Dach nach drüben hin. Die Frage ist, wo haben wir noch welche? Also wenn das der einzige Elementar ist, dann möchte ich nochmal behaupten, dass die hier regelrecht... Oh Gott, die sind einige. Die sind einige. Graf und Knutsch, bitte. Sobald sie können, gehen sie bitte nach da unten. Wir haben da so ein kleines Problemchen. Mit Kiste, kann man eigentlich Halleluja. Das Problem ist überall zu finden. So, hoch mit den Zombies. Also ist es, wenn sie sich nicht mehr bewegen. Verdammt. Ich wollte eigentlich ein Siedel durchjagen. Ach Gott. Na gut, macht nix. Macht nix, sprach der Mann. Und ging ins Wasser mit seinen Zombies. So, 13. Ist nicht genug. Das hier ist genug. Damit können wir uns auf jeden Fall fertig machen. Ey, komm schon. Das habe ich ganz genau gesehen, Kollege. Das habe ich ganz genau gesehen. So, 23, 23. Das ist ein guter Tausch. Das wäre ein sehr guter Tausch. Was gut ist, wir können immer noch... Yeah. Alles halten. Mehr Erfahrung? Nein. Bewegung. Regeneration. Ihr braucht ganz dringend eine Reaktion, meine Freunde. Genauso wie ihr euch mal kurz regeneriert. Ihr braucht keine Regeneration. Eins, zwei, drei. Was ihr braucht, ist ein Sieg gegen die hier. Oh Gott, ja. Das hat eigentlich so viel gebracht, aber es macht nix. Hauptsache, meine Armee ist irgendwie noch teilweise am Leben. Ach, und euch, Gadean. Ihr dürft auch bald mal aufsteigen, hoffe ich zumindest. Einmal wieder verbessern. Dankeschön. Verrotung ist am Machen. Dankeschön, kann ich mich nicht beschweren. Zug beenden. Oh, shit. Hey, das ist cool. Das ist cool. Die Oger helfen mir. Oh Gott, nein, scheiße. Oh, hat er mit einem Schlag alle ausgelöscht? Yep, hat er. Hat er. Das hat weh. Das hat definitiv weh. Oh mein Gott. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Aber nicht dafür. Okay, wir gehen mal hier. Dann gehen wir wieder zurück. Und. Böppchen. Wunderbar. Elementarschaden. 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 Das Ding geht so runter. Das liebe ich, das liebe ich. Wenn es mal funktioniert, dann liebe ich es. Okay, Verrotung, wir machen, warte mal. Kontaminiert. Dann machen wir eine Landreinigung hier. Schweine. Minus 20 Fleisch. Wie kann das denn sein? Muss ich das verstehen? Ich hoffe jetzt einfach mal, nein. Denn tun du es auf keinen Fall. So. Ihr wollt doch bestimmt ganz dringend sterben. Es soll sterben. Ja, es wird sterben. Und noch was? Gerade nicht. Nein, okay. Das ist der Bereich nämlich schon mal, zumindest schon mal gesichert. Dankeschön. Okay, wo haben wir denn noch was? Hier unten? No, ja. Richtig viel haben wir hier unten sogar. Die Frage ist nur noch, was gehen wir denn zuerst los? Ich würde sagen, den hier, der hat noch 17. Ich habe noch 12. Und jetzt hat er dann gleich gar nichts mehr, wenn ich angreife. Dankeschön. Fresst das Gnome mit dem Ungeholz bitte auf. Ich weiß, ist vielleicht nicht so nah auf die Gehirne, aber naja. Immer noch besser als gar nichts. Ihr hier bleibt hier über Nacht. Wollen wir denn? Graf von Knutsch kommt auch mit rüber. Du bleibst hier. Und du bleibst auch hier. Du bleibst auch hier. Du gehst hier über Bord. Genauso wie du dann. Und du wirst ihm folgen. Wir haben hier oben zwar keine Zombies mehr, keine Kuhn, aber es macht nichts. Wir haben sonst an sich noch genug. Bzw. sie werden genug noch nachkommen. Da sollte man keinen Mangelerscheinung haben. Okay, dem Ungeholz. 13. Okay. Ihn können wir komplett auslöschen, dann machen wir das auch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte bitte einen meiner Siedle rausschicken. Also wir sind auch mal gespannt, ob das funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Einmal rein. Dankeschön. Und er darf nichts errichten, verdammt. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen, hätte das funktioniert. Dann müssen wir einen Notfallverteilungsküttel aufbauen. Dass er sich damit begnügt, hier etwas zu töten. Und nichts, nichts, nichts. 13, das ist schon mal gut, aber... Da geht noch bestimmt mehr. Da geht noch mehr, da geht noch mehr. 14, ja, dankeschön. Und wenn ihr mit zwei seid, ich kriege euch. Ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da hinten hoch oder was. So, bitte einmal hochheilen und ebenso hochheilen. Sie können mit zwei was angreifen, aber dann lieber aufs Dämon-Gehölz. Wenn das finde ich, muss ich mich auch noch leiden. So, 3 zu 3, das ist ein guter Austausch. Schlagabtausch vom Feinsten. Und wir machen noch 13. Das machen wir noch. Der kann ruhig um, wenn wir nichts gehen. Wenn der hier fällt, bin ich schon zufrieden. Oder wenn es mich abhaut. Zumindest die Flucht soll ergreifen. Große Feier im Inventar. Ach Gott. Jungs, hör mal auf damit. Das ist doch nicht schön. Zug beenden. Aha, die Trämer also. Er hat sich wieder mein Lande getraut. Ich glaube, das wird euch nicht gut bekommen. Ey, du kommst sofort wieder zurück. Ich glaube, ich spinne. Ich hab mir einfach meine arme Karawane an. Sage mal. Eure Exzellenz. Jemals bitte demütig um eure Unterstützung. Vielen lieben Dank. Unterstützung gibt's gleich wieder. Erstmal muss ich meine Leutchen hier wegbringen. So, Verrodung. Dann Verrodung. Und zu guter Letzt noch eine Verrodung. Wenn wir Schlangen mehr haben, gleich nochmal eine Verrodung, sobald's fertig ist. Ähm, halt mich nochmal auf. Hier könnt ihr nichts machen. Okay, was gibt es zu tun? Ein Moos-Troll. Was macht hier ein Moos-Troll? Was zum Henke macht hier ein Moos-Troll? Ähm... Nochmal hier. Sagen wir was zum Angreifen haben? Machen wir's auch. Und ich würde glatt mal behaupten, der Kerl ist stark. Vielen Dank. Ähm... Horror. Die Frage ist, was kann man am besten machen? Bonus bei Angriff geschwächter Einheiten. Ist das Gefährdengraf? Plus 20 Elementarschaden. Was ist überhaupt grad schon Elementarschaden? Nur tot. Das ist nicht gut, dann Elementar. Ist grad essentiell, dass meine Leute auch Elementarschaden machen können. Das sind die Elementarresistenz. 30 Schaden auf Leben. Todauer. Leben. 14 Schaden auf ihn hier. 21 auf ihn hier. Wem ist wahrscheinlich der sichere Tod? 21, komm. Mit einem Schuss mal eben was zu dämmert. Diese Frau ist einfach spitze. Ja, okay, weißt du was? Volle keine drauf. Hier könnt ihr mal Taschen anmachen, also macht ihn auch. Wirklich, ernsthaft? Ihr könnt auch keinen machen, aber eventuell doch den Tod von denen hier. Könnt ihr es vielleicht schaffen. Nicht ganz, okay. Hätte sein können, ist aber leider nicht so gewesen. Naja. Mocht ja nix. Und du hier gründest Messe Stadt. Mitten im Feindes Land. Eine neue Stadt gegründet. Fisch gut. Lichtdorf. Lichtdorf mit der Mana-Falle. Oh mein Gott, ja so. Und ihr schaut es wieder gut aus. Ihr schaut sogar richtig gut aus. Schau dir. Ich konnte sagen, jeb, komm. Das machen wir. Operation, angreifen. Immer drauf, immer schön drauf. Hast du, hier könnt ihr was machen? Dann mach doch mal... Erfahrung. Erfahrung ist wichtig und richtig. Hier können wir auch noch was machen. Hier einen magischen Turm hinstellen. Und du bleibst hier. Du bist die frischgepackene Stadtverteidigung. Das ist doch herrlich, oder? Das möchte ich doch jedermal sein. Eine kleine Stadtverteidigung. Nein, nein, nein. Moment. Dominus, komm zurück. Da musst du. Dominus schlägt alle ins Gesicht los. Könnt ihr was angreifen? Ihr könnt was angreifen. So, ihr müsst euch heilen. Ihr müsst euch nicht heilen. Deswegen könnt ihr auch angreifen. Na, eventuell sogar gut. Es geht, es geht. Sie haben sich zumindest wagt gehalten. Aber, das Gesicht übergrafst du der Knutsch. Wunderbar. Noch weitere Truppen. Ihr bleibt hier auf Position. Ihr kriegt eventuell auch mal neue Säle ab. Mit eventuell auch ein paar guten Sachen. Ihr könnt nichts machen. Ihr könnt auch im Reinen gar nichts machen. Na gut. Na, was wir machen können. Euch hier. Jetzt Wasser setzen. Und die hier auch noch. Und ich drei neue Zombie-Trupps, die wir in den Krieg schicken können. So, was können wir jetzt mit dir machen? Inventar, Inventar, Inventar. Du gehst hier hin. Und sorgst für Radau. Ja, wow. 50. Vielen Dank. Der darf gleich hier bleiben. Zombies. Wunderbar. Und noch welche hier unten. Nicht mehr. Ach, ihr seid andere. Na, okay. Wenn ihr andere Einheiten seid, dann seid ihr andere Einheiten. Die Frog ist... Ich glaube, ihr bleibt mir hier auf Wachschicht. Ich bin gespannt, was dieser Moos-Troll hier anrichten wird. Zugwenden. Damit ist ein Bild von's Jahr ibus, Vielen Dank.